Süd-Süd-Fest, OG Chemo Fieber Edition 2024, here we go! Wir haben Freitag, wir sind gerade vier, fünf Stunden mit dem Zug hierher gereist. Wir sind hier in unserem Airbnb-Abo mitten in Mannheim. Es ist mies chillig, ich glaube wir wohnen bei einem Mexikaner. Wir sind hier mies am chillen, warten noch zweieinhalb Stunden. Dann ist das vierte Game von den NBA Finals. Und ich gebe euch jetzt einen Cäsar-Königin-Room-Tour. Hier haben wir eine Minibar. Ich habe gedacht, das spielt mir den Tony. Hier haben wir ein Badezimmer. Und ihr seht die mexikanische, ist das mexikanisch? Xylan, vielleicht auch so ozeanisch. Aber das ist schon mal ein sehr chilliges Zimmer. Und noch Konfirmationen mit ihm, er wird heute lieber in der Wohnung geblieben. Ey, du weißt es, ja. Du Christus. Wir sehen die mexikanischen Sachen, von denen ich gerade habe, überall. Ich zeige euch jetzt noch kurz weiter. Hier ist der Innenbereich. That's me. Und jetzt kommen wir zu unserem Highlight. Und zwar die Küche. Wir beginnen mit einem Kühlschrank. Eww, look at this. Würste hat uns in der Light Airbnb, Leute. Aber wir haben El Tonys. Auch in der Küche sind die mexikanischen, oder vielleicht einfach andere südamerikanische Stiche sehr gut erkennbar. Die sehen wir in der Gitarre. Die ganze Küche ist sehr chillig. Aber jetzt kommt das Highlight. Und zwar dieser Kühlschrank. Der einfach komplett verschimmelt ist. Man, look at this. That's not nice. Das ist krassig. Ich weiss nicht, wie man so leben kann. Morgen ist Süd-Süd. Wir sind jetzt hier noch am Chillen. Wir schauen noch ein bisschen NBA. Und dann geht's ab. Mannheim. So, das NBA-Game ist jeden Moment fertig. Ich bin, wenn wir vielleicht mega müde sind. Aber ich bin auch mega hyped. Weil Mordisch Süd-Süd. Wuhu. Gute Nacht. Und dann ist morgen wieder. Meine Stadt behandelt sonst ein Mob. Als wären wir alle samt Apostel. Das sind ja mal Schnapspreise. Da muss man ja fast zuschlagen. Ja, ich bin der Mist. Hier ist nach dem Konzert Kuckermusik. Wer denkt auch, Vater Frank ist der beste Produzent in dem Land? Johnny und Ramsey haben schon mal ein bisschen eingewärmt und jetzt geht's ab. Jetzt kommen wir ins Zelt. 1-10 Hype 20. Team Ho! Team Ho! Team Ho! Team Ho! Get back! Hey! 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 Wo taste sie." Will damit! Hey! Thank you! Ok, meine dritte Frage ist. Habt ihr unser letztes Tape gehört? Ja! Es sind zwei Songs, zwei Songs. Ich bin gut. Ich habe einen halben Quadratmeter Platz. Ich bin gut. Was wenn er gut sei, ich sag das, siehne mich an das Team Rapport ist die Ich hab nun mal nie gebeten Die durch die Blöcke allein stücken, wenn ich wache Autorad assistiert Rapport ist cool Rapport ist die Tür Mutter Blau Hau 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 Und dann wird's jeder aufsteigen Kut auf die Püße in die Beine Guck auf die Haare, du weißt Hey, 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 hey Okay, okay Ja, Manni Bitch, ja, du hast mir Respekt auf mein Name Weil ich viel damit auf die Lugatti Ich muss gar nicht sein damit dein Vertrag Rache 25 Gramm an einem ganz normalen Tag Und dann musst du das einmal lernen für 9brow 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 Und mit der Nacht bin ich Hörer Kurz und schnell auf die Pause Es geht noch nicht mal 1 Stunde Es geht noch nicht mal 1 Stunde Jetzt spielt gerade Lugatti online, ich bin komplett nass Ramsey, Souli, Kimmel, nein Lugatti 1 bis 10 12, nein Bro, 15 Einfach von Rhinning stöhnen Einfach Rhinning stöhnen Einfach Rhinning stöhnen, what the fuck Oh, Junge Berlin Keine neuen, keine, keine neuen Freunden No, no, gibt ein Zillofar mit Teilen uns und Beutel Yeah, yeah Ladies, ladies and gentlemen, I'm not here War in der Grundstattung von 120 Grad Ist auch mein Polo-Cab Ich brauch ne Ton, mit dir geboten, so wie Dosa-Cab Schwanzer Huni auf, was weh ich mit Benzin Ich häng aus dem Beat Fing und piek, wenn ich in Wacken läßt Solabriss, wie bunt ist Keiner von euch hören, den Faltergeist Ich lach alleine Ich heul alleine Ich rach alleine Ich rach alleine Was geht jetzt ab? Er hat einfach alle Fieber-Features mitgenommen Es ist einfach Shindy Shindy ist einfach da Jemand leuchtende Blau, von der er rach Ich mach Geld, ich verkauf Wasser in ein Bad Mach doch mal Lärm, bitte für Shindy Mein Team Journey WINGS Ich flach Gib ihm Knie und Faust! Knie und Faust! Gib ihm Knie und Faust! Gib ihm Knie und Faust! Gib ihm Knie und Faust! Mal aus! Dann gehst du noch wach! 3, 2, 3, 2, 1, go! Wolltest du mir in den Zählen kommen? Wenn ich nicht sterben kann? Du bist ein Herz, Herr! Du bist meine Zählen kommen! Letzsche Song! Geist! Ich will, dass ihr die ganze Restenergie, die ihr euch für heute aufgespart habt, in diesem letzten Song gestickt habt. 3, 2, 1, go! Und geht weg! 1, go! Auf! Wenn sie meine Haute auszutut, ja! Wir können es gleich in den Punkt! Mal, ich muss mit! Du kriegst es ja! Du kriegst es ja! Für den Zählen! Geist! 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 Gott, Der Be Wind ist trick bei den Reis! Und sie kriegt es aber reis und Unit? hur! Geist! 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 Dankeschön! Vielen Dank! Uzza! Vielen Dank! Süd-Süd 2024 ist fertig. OG Teamer. Er hat so viele andere Ex mitgenommen. Ramsey, Soholy, Shindy, Tom Hengst, Lugati. Nein! Rin! Krank! Wir haben uns jetzt noch insgesamt drei Pullis gekauft. Vier T-Shirts oder so. Ich bin komplett gestorben. Vor allem jetzt am Schluss bin ich geist noch einmal. Wir sind jetzt wieder zurück im Airbnb. Es ist jetzt auf dem WC. Es ist so ein kranker Abend. Nachmittag, Wochenende. Es ist so krank. Zusammen mit EM Start, mit EM Sieg von der Schweiz. Alles ist gerade einfach so perfekt. Wenn euch der Vlog gefallen hat, ich hoffe es wird gut. Ich hoffe es ist gut. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns wieder. Spätestens nächstes Jahr. Süd-Süd. Ciao zusammen.